Der Begriff artisanaler Bergbau oder Kleinbergbau beschreibt vieles. Das geht los bei Gruppen von vier oder fünf Leuten, die mit Schaufeln und einem Sieb arbeiten, bis hin zu stärker mechanisierten Formen. Dann werden Mutterpumpen eingesetzt und manchmal Bagger, mit denen die Minenarbeiter das Flussbeite auf der Suche nach Diamanten ausräumen. Der Begriff ist also breit und beschreibt Unterschiedliches. Sagt der Diamantenexperte Hans Merkett. Der 37-Jährige arbeitet für die belgische Forschungseinrichtung International Peace Information Service, kurz IPIS, in Antwerpen. Man schätzt, dass die Diamantenschürfer zwischen 15 und 20 Prozent der weltweiten Diamantenproduktion ausmachen und zwischen 5 und 10 Prozent des Wertes der weltweiten Diamantenproduktion. Der Großteil wird industriell abgebaut. Wie Diamanten abgebaut werden, ob industriell oder händisch durch Schürfer, hat mit der Art ihrer Vorkommen zu tun. Grundsätzlich sind Diamanten die feste Form von Kohlenstoff. Die Zutaten? Gestein, Hitze, Druck. Starke Magma-Eruptionen brachten die Diamanten vor Millionen Jahren an die Erdoberfläche. Es entstanden sogenannte Kimberlid-Röhren. Manche dieser Röhren sind intakt, andere nicht mehr. Verwitterten sie, wurden die darin lagernden Edelsteine an andere Lagerstätten geschwemmt. Man spricht dann von alluvialen Diamanten, also Diamanten, die durch Ströme abgelagert wurden. Botswana hat die Diamantenindustrie auf eine Weise in den Griff bekommen, wie es anderen Ländern nicht möglich war. Botswana wurde oft mit Sierra Leone verglichen. Die Leute sagen, Botswana hatte eine gute Regierungsführung, Sierra Leone nicht. Nicht, aber das war es nicht. Das hat dazu beigetragen, ja, aber natürlich lag es an der Art der Diamantenvorkommen und des Diamantenabbaus. Sagt der kanadische Diamantenexperte Ian Smiley, der in dieser Radiokolleg-Reihe noch ausführlicher zu Wort kommen wird. Anders ausgedrückt, in Botswana müssen Diamanten industriell abgebaut werden, was sehr produktiv ist. In vielen afrikanischen Ländern muss es anders geschehen. Es braucht dafür weniger maschinellen Aufwand, weil die Diamanten oberflächlicher lagern. Sie sind aber viel verstreuter und werden oft von einem Heer an Tagelöhnern geschürft. Hans merkt es. Wie viele Schürfer es gibt, darüber gehen die Schätzungen sehr weit auseinander. Aber man geht von ein bis zwei Millionen aus. Die Schürfer gibt es weltweit, in Südamerika, auch ein wenig in Indien. Aber vor allem in verschiedenen afrikanischen Ländern. Im südlichen Afrika wird eher in großem Maßstab und industriell abgebaut. Aber in West- und Zentralafrika nicht. In Ländern wie Sierra Leone, Guinea, Liberia, der Elfenbeinküste, der Demokratischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik, Kamerun und Tansania auch teilweise. Wobei es die größte nicht-industrielle Produktion in der Demokratischen Republik Kongo gibt. Einem Land in Zentralafrika mit mehr als 100 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Dreißigmal so groß wie Österreich. Die Branche befindet sich derzeit in der Krise. Es geht ihr nicht besonders gut. Ich war mit einem Kollegen dort. Wir waren im Februar 2024 in Kasai im Kongo, dem wichtigsten Diamantenfördergebiet des Landes. Das ist eine Region im Zentrum des Kongos. Aber nicht dort, wo man beim Kongo an Konfliktmineralien denkt. Das ist die Region im Osten des Landes, an der Grenze zu Ruanda und Burundi. Schürfer versuchen in Kasai als Tagelöhner ihr Glück. Oft illegal. Denn die guten Gebiete, sagt Hans Merkitz, sind dem staatlichen Diamantenförderer zugewiesen. Der ist allerdings bankrott. Auf dem Land passiert also nichts. Manche Schürfer dringen deswegen illegal in diese Konzessionen ein. Andere haben eine offizielle Lizenz. Die Trader, die Händler, die ihnen Diamanten abkaufen, sind Kongolesen, Libanesen, Inder. Oder ein Österreicher im Fall von Benedikt Lufour. Der 35-jährige Niederösterreicher ist ein ausgebildeter Gemologe, Fachmann für Edelsteine. Sein Vater stammt aus der Demokratischen Republik Kongo. Deswegen kennt Benedikt Lufour das Land. Ich selber war das erste Mal im Kongo, da war ich zwölf Jahre alt. Und war einerseits begeistert von der Lebensfreude, von der Kultur, von der Natur des Landes. Und andererseits war ich schockiert über die harten Lebensbedingungen, mit denen sich die Leute vor Ort konfrontiert sind. Und in meinem Fall dann auch die eigenen Cousins und Cousinen. Und ich habe mir dann damals schon gedacht, als Zwölfjähriger weißt du natürlich nicht, was wirst du eines Tages machen. Aber ich habe mir damals schon gedacht, ich will unbedingt was machen, was die Lebensumstände etwas verbessert. Und ich habe dann Wirtschaft studiert an der WU in Wien und mich relativ schnell verliebt in Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum. Und habe mir dann überlegt, wie kann ich eine Firma schaffen, die meine beiden Heimaten zusammenführt, wo es einerseits ein Produkt gibt, das den Leuten hier gefällt und weltweit gefällt, im besten Fall. Und andererseits ein Produkt, das eben meinen Lebenstraum dann verwirklicht, im Kongo die Lebensumstände zu verbessern. 2017 gründete er Benedict Diamonds. Die Firma bietet Schmuck an, die Rohdiamanten kauft Benedict Lufour direkt vor Ort im Kongo, dann lässt er sie weiterverarbeiten. Er zahle den Schürfern bewusst bessere Preise als Konkurrenten. Wir bezahlen 30 Prozent über den Marktwert des Rohdiamanten. Warum 30 Prozent? Wir haben da mit einer Agentur zusammengearbeitet, die hat Analysen gemacht und uns gesagt, was das Lohnniveau sein müsste im Land, damit man gut leben kann im Kongo. Daraus hat sich dann eben ergeben, dass die Leute tendenziell zu wenig kriegen für ihre Diamanten. Und wir haben dann als Firma gesagt, na, wenn wir kaufen, dann bezahlen wir so, dass man auch ein ordentliches Gehalt hat von seiner harten Arbeit. Was konkret rund 500 bis 600 Dollar pro Monat bedeutet. Das in einem Land, in dem die meisten Einwohner von weniger als zwei Dollar pro Tag leben. Seine Firma sponsert drei Tagebauminen und fünf Tauchmannschaften, die aus Flüssen Schotter tauchen, um darin nach Diamanten zu suchen. Also in unserem Fall diese drei Minen von den drei Minen ist eine Mine, die wir selber sozusagen aufgeschlossen haben, die wir selber gefunden haben. Und die anderen zwei Minen sind Minen, die schon existiert haben, die einen anderen Sponsor hatten und wo wir dann der Sponsor sozusagen geworden sind. Und was heißt sponsern? Sponsern heißt, wir bezahlen alle Inputs, die benötigt werden in der Mine. Sei das jetzt die Schaufel, sei das jetzt der Transport, damit die Schürfer von ihren Häusern in die Mine kommen können. Sei das jetzt die Verpflegung, also wirklich das Essen der Schürfer. Also wir bezahlen alles, damit die Operation funktionieren kann. Das sind sozusagen unsere Fixkosten. Und zusätzlich zahlen wir dann eben diese 30 Prozent über dem Marktwert an den Schürfer, wenn er dann einen Stein findet. 2017 hat Benedikt Lufour mit einer Mine begonnen. Mittlerweile ist sein Bruder in die Firma eingestiegen. Er kümmert sich um das Marketing. Sie setzen auf Transparenz. Ihre Kundinnen und Kunden sollen wissen, woher die Diamanten kommen und auch, wer sie geschürft hat. Sie nennen das die Stone Story, die Geschichte des Steins. Wer will, kann auch mit ihm in den Kongo reisen. Wie hoch seine Gewinnmarge ist, möchte Benedikt Lufour nicht verraten. Geschäftsgeheimnis. Die vor Ort gekauften Rohdiamanten exportiert er nach Antwerpen, über die kongolesische Hauptstadt Kinshasa, wo eine staatliche Behörde ein Zertifikat ausstellt. Der belgische Forscher Hans Merkett sagt, im Falle von Diamanten funktioniere das gut. Einem Land wie dem Kongo gelingt es, den Großteil der Diamanten offiziell zu erfassen. Das ist wirklich ein Erfolg. Was noch deutlicher wird, wenn man Gold zum Vergleich heranzieht. Das kongolesische Gold entgeht der staatlichen Kontrolle in schätzungsweise über 95 Prozent der Fälle. Und bei Diamanten ist der Großteil offiziell erfasst. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Die Arbeitsbedingungen der Schürfer im Kleinbergbau seien allgemein hart, bestätigt auch Stefan Fischler, früherer Präsident des World Diamond Council, der Stimme der Industrie im sogenannten Kimberley-Verfahren gegen Blutdiamanten. Fischler ist selbst Diamantenhändler. Wir haben den gebürtigen Antwerpener zum Gespräch in seiner Heimatstadt, dem Europäischen Diamantenzentrum, getroffen. Fischler betont, die Abhängigkeit der Schürfer von den Händlern vor Ort sei ein großes Problem. Sie müssen ja an sie verkaufen. Ehrliche Preise zahlen nicht alle. Natürlich werden diese Leute ihnen nicht den Antwerpener Marktpreis zahlen. Sie werden sie so billig bezahlen, wie sie können. Und die Schürfer werden das Geld annehmen, um überleben zu können. Es geht wirklich ums Überleben. Als wir das sahen, sagten wir, wir müssen etwas dagegen tun. Diese Menschen sind ja ein Teil unserer Diamantenindustrie. Und so haben wir die Diamond Development Initiative ins Leben gerufen. Es geht darum, Standards zu schaffen. Und dann wollen wir uns wirklich auf die Bergbaugemeinden konzentrieren. Sicherstellen, dass nicht nur die Männer arbeiten, sondern auch die Kinder die Chance haben, zur Schule zu gehen. Dass die Frauen die Chance haben, einer anderen Beschäftigung nachzugehen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft und so weiter. Also ein ganzheitlicher Ansatz. Die Diamond Development Initiative, gegründet im Jahr 2006, ist heute Teil einer amerikanischen Nichtregierungsorganisation. Bergbaugemeinden sollen in Entscheidungen eingebunden werden. Arbeits- und Sicherheitsstandards sollen garantiert und Umweltschäden verringert werden. Wir sind immer noch sehr aktiv. Wir arbeiten jetzt mit der Firma De Beers zusammen, die das Projekt Gemfair ins Leben gerufen hat. Sie waren damit nicht nur mutig, sondern haben viel Geld in den Diamantenabbau in Sierra Leone investiert. Und sie haben in etwas investiert, das uns als Diamond Development Initiative noch fehlte. Sie informieren die Schürfer über die realen Diamantenpreise, so, dass sie fair entlohnt werden. Der Diamantenriese The Beers, von dem auch schon im ersten Teil dieser Radiokolleg-Reihe zu hören war, startete Gemfair, Englisch für fairer Edelstein, im Jahr 2018. Es ist eine Industrieinitiative, um die Lebensbedingungen tausender Schürfer zu verbessern. Auch Hans Merkett von der Forschungseinrichtung IPIS sieht darin ein Positivbeispiel. Sie haben sich viel Zeit genommen, um das auf eine vernünftige Weise aufzuziehen. Sie versuchen, die Lieferkette von verantwortungsvoll geschürften Diamanten nachverfolgbar zu dokumentieren. Sie befassen sich also mit den Bedingungen in den Abbaustätten und überwachen sie. Und sie versuchen, die Diamanten an Händler zu verkaufen, die an diesen ethischen Diamanten interessiert sind. Ich denke, das ist erfolgreich. Es hat lange gedauert, denn nichts von dieser Arbeit ist einfach. Erst vor zwei Jahren oder einem Jahr haben sie es geschafft, ihre ersten Chargen der sauberen Diamanten auf den Markt zu bringen und sie an eine Reihe verschiedener Händler weltweit zu verkaufen. Das Problem sei, so Hans Merkett, es ist ein Pilotprojekt, das nicht einfach zu skalieren sei. The Bears habe Millionen investiert, aber profitabel sei das Geschäft mit Jamfair nicht. Offen bleibt, wie man das System auf ganz Sierra Leone oder auch auf andere Länder ausweiten kann. Das war die zweite Folge von Diamanten – Politik, Glanz und Geschäft zu Kleinbergbau in Afrika. In der dritten Folge dieser Radiokolleg-Reihe sprechen wir morgen über die Geschichte der Blutdiamanten und wie dagegen vorgegangen wurde. Wir sehen uns beim nächsten Mal.